Guten Abend und herzlich willkommen. Hat ein bisschen gedauert. Oh mein Gott, mit der freaking Test out there dauert eine Stunde. Es ist Berlin in Dezember, es ist nichts warm hier. Wie geniht ihr die Corona-Zeit? Ja, so viel wie ich kann, wenn ich nicht arbeiten kann, ich nicht verdammt Geld und in Reality-Shows stehe ich. Ich liebe es. Weihnachten steht vor der Tür. Wie werden Sie feiern? Die gleiche Weise. Ich füge jedes Weihnachten. Ich füge eine halbe Bottele von Jack Daniels und füge es bis zum Weihnachten. Familie, Kinder, Frauen werden ein Teil an Weihnachten. Unsere große Weihnachten ist, hier zu kommen und zu sehen, den Weihnachten, den Nutcracker. Dann bin ich mit der Familie fertig. Dann kann ich nach Hause gehen und mich stupend trinken. Okay. Und für den neuen Jahr, für die Vesta, was sind Ihre Pläne? Uh, well, ich gehe zurück in Amerika. Right before Christmas. Ich gehe zurück in Amerika. Start trinken während Christmas. Drink up until New Year's. Und dann, als das New Year's hits, wie alle Amerikaner, füge ich alle Gäste in die Luft. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft, für den neuen Jahr 2022? To drink, smoke and carouse with street strippers as often as possible. Okay. Enjoy. Dankeschön. Thank you.